Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesem Anno 1800 Quick-Tipp. Eines der wichtigsten Items in Anno 1800 für die Handelskammer ist wohl Feras Al-Sarami, der Meister der Hypnose. Denn dieses epische Item beeinflusst alle Produktionsgebäude mit einer Produktivitätssteigerung von 50% bei gleichzeitigem Arbeitskräfteeinsatz von minus 10%. Gleichzeitig erhalten wir noch 10% Rabatt auf die Unterhaltskosten und 20% Rabatt auf die Aufstandsgefahr sozusagen. Und dieses Item ist eigentlich fast in jeder Produktion, die wir mit Handelskammern aufbauen, Pflicht. Wie ihr seht, dauert das manchmal nämlich ganz schön lange, bis man dann hier entsprechend den Feras wieder rausbekommt. Und ich muss jetzt schon pro Reroll eine halbe Million bezahlen. Und deswegen habe ich immer ein Schiff bei Isabel Sarmento in der Neuen Welt hier im Hafen stehen. Ich hoffe, der Tipp bringt euch was, macht was drauf. Ciao, euer Heinz.